So, Primz, du kommst jetzt erst noch raus, Eric kommt ja von Flügel raus. Warum dein? Hör zu, ich bin der Fehler. Ey, die werden verlieren, wenn ich jetzt rausgehe. So, Primz, wir haben jetzt keine Zeit. Kannst du doch immer noch spielen? Tante, ich will nicht. Was heißt, Mann? Ja, komm, hör zu. Ey, die werden verlieren, wenn ich rausgehe. Primz, hör zu. Das ist meine Entscheidung. Ich bin der Trainer. Wir besprechen das Ganze in Ruhe am Dienstag, okay? Dienstag, okay. Der Trainer hat den Spieler, also Prinz, aus dem Spiel rausgenommen. Prinz war damit sehr unzufrieden und ist auch raus in die Kabine gekommen. Der Trainer hat nochmal versucht, die Situation zu vertagen, um die Gelegenheit für Prinz zu geben und nochmal darüber nachzudenken. Nachzudenken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.